Neue Söhne entdeckt. Iris der Funken. Äh, die sind auch auf dem Schiff! What? Oh, ich werde verfol- achso! Ich verstehe. Ich habe ja schon zwei Helme. Okay. Ich bezahle die mal kurz. Ich töte sie trotzdem. Oder ihn. Je nachdem. Ich fahre auch immer durch also, ja. Das eigene Schiff zweimal. Abdrehen? Guck mal, die greifen die auch an. Sehr gut. Sehr gut. Ich helfe euch. Außer, das hat jetzt Level 30 oder so. Dann haue ich ab. 26. Speichern. Pass auf! Nein! Nein, 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 nein! Greift ihr mich jetzt an? Nee, ne? Ich habe euch nichts getan. Oh, Spacken. Boah, dieses Schiff ist echt schnell. Aber ich bin zu langsam. Aber ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Oh, wir brennen. Geil. Ich brauche die Schiffen! Schiff, wenn ihr bereit seid! Der Feindfeuer ist neu! Mach auf die Teile! Schützen! Schwerfeuer! Feueranmacht! Dann nicht! Keinste Teile! Ach so, Kollision! Bleib dich, Diabon! Pass auf, Teile! Komm schon, wir schaffen das! Boah, die haben aber ein echt übles Schiff. Boah! Was passiert hier? Hilfe! Ich dachte, ich kenne da jetzt oder so. Aua! Zum Glück bin ich ins Wasser gesprungen. Wann hast du deinen eigenen Segel eingeholt oder sehe ich dich bloß nicht? Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt gerade hier bin. Boah, was für ein Damage sie macht. Ja, die sind schon... Ja, man merkt, dass sie zwei Level... ...mehr haben als ich. Vielleicht halt nur noch hier Gegner oben. Das ist nicht so geil. Brennen ist gut. So, jetzt kommt nur noch die Alte hier. Die macht aber halt ordentlich Damage. Natürlich trifft die mich mit. Natürlich trifft die mich mit. Alter, was... ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. Hm, die will nicht so. Jetzt mach doch mal einen Abgang. Hm, Dankeschön, Pierre. Dankeschön. Gute Nacht, gehst du... Ich bin gerade verwirrt. Teufel der Ägäis. Oh, geil! Wir haben eine Trophy als Teufel bekommen. Cool! Schön. Sehr schön. Ich weiß zwar nicht wofür, aber egal. Äh, warum? Warum? Hallo? Hallo, hallo, hallo! Aua, aua, aua! Was, was soll das? Ja, geh jetzt schlafen. Schlaf schön, Pierre! Wir freuen was Schönes. Wer hat hier gerade angegriffen? Voll uncool. Angriff! Wer auf die Schützen! Ein Kontakt! Der Feind in Schutz! Verleih! Wir lauern viel! Er fehlt das Tempo! Feuer frei! Kapitän! Mir geht es nicht gut seit 2 Uhr morgens. Ich wünsch dir eine gute Besserung. Drück dir die Daumen. Dass es besser wird. Ich find bloß keine Banditenschiffe und Athenerschiffe mehr. Da vorne ist, glaub ich, ein Athenerschiff, oder? Nein, ich weiß es nicht. Wir machen diese Schiffskämpfe gerade Spaß. Vielleicht merkt man das. Ja! Wir machen diese Schiffskämpfe gerade Spaß. Oh, sterb, ihr kleine Ratten! Fischfutter! Kostenlos! Oh, den hab ich jetzt aus Versehen auf mein Schiff. Ähm. Aber er wird nicht lange leben, ne? Weil wenn er auf meinem Schiff ist, ihr seht die ganzen Furien da oben. Ja. Da wird man nicht lange überleben. Jetzt muss wirklich Mountain Blade spielen. Warum ist denn gerade Gewitter? Ich hab gesagt, ich mag es nicht auf dem offenen Meer zu sein, wenn ein Gewitter ist. Kopf dir. Ach, leck mich doch. Ne, ich will hier nicht mehr sein. Oh mein Gott. Was hab ich verpasst? Ach, nur ein paar... Schiffe, die jetzt gesunken sind, weil ich sie... ...geputt gemacht hab. Allein gegen 500 Leute und so. Oh. Ich bin ja immer alleine. Was soll's? Es gefällt mir hier nicht. Nicht. Vor allem hier sind nirgendwo Schiffe. Wahrscheinlich... Ach, ich sollte einfach... Piratenschiffe? Naja, oben steht Banditenschiffe. Ich weiß nicht, ob die damit die Piraten... Ob die jetzt die allgemeinen Piraten meinen oder einfach nur irgendwelche Räuber... Naja, Piraten sind eigentlich Räuber. Ja, weiß ich nicht. Athener Schiffe? Okay, weiß ich ja. Spartanische Schiffe genauso. Aber die fahren ja alle nicht durch die Gegend. Bis jetzt sieht der Stream gut aus. Okay, dankeschön. Ja, das hab ich auch grad gesagt. Hat grad bei mir auch Klick gemacht. Hä? Piraten sind doch Banditen. Man gibt's ja nicht. Das macht doch keinen Sinn. Ich weiß leider nicht, was die für Flaggen oder so haben. Ich hab keine Ahnung. Hab die jetzt noch nicht gesehen. Bis jetzt läuft dein Internet perfekt. Ja, soll auch so bitte bleiben, sonst... ist Vodafone das nächste, was brennen wird. In ganz Deutschland. Ich übe dafür. Das ist alles nur Übung, dass ich Vodafone abfackeln kann, wenn's soweit ist. So, ich brauch ein Athener Schiff. Die fahren hier ja auch nicht so durch die Gegend. Das wird ziemlich ätzend. So auf die Karte. Totenkopfschlagen würde ich tippen. Warum finde ich bloß keine? Roten Trümmern. Ich kann ja dahin segeln. Vielleicht finde ich unterwegs ein paar... Ein paar Nappel. Ein paar Nappel. Spartanische brauche ich nicht. Bruder, rein! So, voraus, Kapitän! Ist das da vielleicht ein Athener Schiff? Ist so blau, sieht so aus. Athena, komm her. Komm her! Ihr müsst sterben. Es tut mir leid. Aber ihr müsst sterben. Eigentlich tut's mir nicht leid, ihr habt ne Eule als Wappen. Erhöht das Tempo! Das geht ja wohl gar nicht, ihr kleinen Drecksäcker! Wir stehen gleich unter Verschuld! Nur frei! Ich schießen auf uns! Schützen! Acht Position! dazwalt von Liners daneben! Lass sie einen Raum zerflammen! Rot-Sparta, Blau-Athene und Schwarz-Banditen. Okay, dann habe ich jetzt noch keine, äh... Oh, fuck, da kommt eine Rieseneule auf mich zu. Oh, Gott! Eww! So viele Athena wollte ich jetzt nicht töten. Das ist für den Eulen-Hass. 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 Ich hoffe, ich bin heilfristig. So, jetzt kommt aber ein großes Schiff auf mich zu, ne? Oh, ho, 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 da habe ich was angerichtet, ne? Ja, ich weiß, dass die auf mich gerade warten. Oder? Greifen die mich jetzt an? Wird mal sagen, Pech gehabt. Was ist das hier? Das ist ein Händler. Ja, Händler möchte ich jetzt... Muss ich jetzt nicht unbedingt. Da vorne ist doch was Schwarzes, oder? Mal gucken. Riesenheule, ja! Das war gerade ein bisschen beängstigend. Das sieht doch... Jetzt sind wir so schwer zu sehen. Warum haben wir eigentlich kein Fernglas? Ohne Scheiß. Müssen eigentlich Banditen aber sein. Ich weiß nicht, warum die da Banditen hinschreiben. Piraten klingen viel cooler. Doch, das müssten welche sein, komm. So eine Ziegenorgie, alles auf dem Marktplatz und so. Näh, wow. Einfach nur wow. Sehst du, wurde es angerammelt. Ja, ich rammel jetzt aber richtig dreifach zurück. Wenn ich rammel, dann brennt's. Ja. Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Tja, tja. Piraten, komm. So, meine Damen und Herren, ich bin mal raus. Danke, dass du da warst, Mord. Und schlaf schön. Und bis zum nächsten Mal. Ich würde mal sagen, wir fangen von hinten an. Wow, ihr seid ja super Piraten. Rammeln sich erstmal gegenseitig. Ich bin hier grad nicht durch. Ich enter die mal, dass unser Leben wieder voll wird. Hat der grad Tür gesagt? Ey, das kennt Pferdchen. Ich glaube, ich bin in der Friendzone von einem Mädchen, was ich sehr gerne habe. Ist ja irgendwie immer typisch, ne? In die Friendzone, da kommt man immer sehr schnell rein. Also, weißt du es hundertprozentig oder vermutest du es nur? Alter, bleib mal ruhig! Oh, was greift denn da jetzt schon wieder? Was ist das denn? Ähm, Leute? Nein, der hat ein Löwe! Ihhh! Äh! Warte mal, greift die mich gerade an? Werden gleich schießen! Feiler, verraten! Was geht hier ab? Okay, das ist mir zu viel Geschlachte. Feuer, setz dich! Wir schützen! Bereich halten! Wir müssen erst in Reichweite sein! Wir müssen der Kollege sein! Ich weiß gerade nicht, was hier abgeht. Alter, was war das denn gerade? Gibt doch nichts besser als die Friendzone. Ist natürlich nicht so toll. Ich vermute, da hat sie etwas geschoben. Okay. Das ist echt nicht schön. Eine Friendzone? Ja, das ist lustig. Ja. Da wird man immer sehr leicht reingeschoben. Ich hoffe nicht, dass es so ist, Junge. Also, ich drück dir die Daumen, dass es vielleicht... ...so ein kleines Missverständnis ist. Wenn doch, dann... ...ja... ...dann fühl dich gedrückt. Friendzone... ...ich glaube, das kennt jeder von uns. ... Bereit sie ins Land zu stecken! Versucht's doch mal! Schießt deine Leise! Fech! Ein Trapper! Teile! Kontakt! Feuerpakt! Flieger zu mir! Mach den Tod zu ihnen! Ist er dich Bro genannt? Ich kenn nichts anderes als Friendzone, bin halt immer der Kumpel. Na, wenn du immer direkt sagst, dass du was von jemandem möchtest, dann ist es natürlich auch scheiße, wenn du dann direkt immer in der Friendzone bist. Was ist denn das schon riesig schon wieder? Lern schwimmen! Ich hoffe, mich greift jetzt nichts mehr an. Ich möchte eigentlich wieder zurück. Wir haben ja die Aufgabe erledigt, Gott sei Dank. So, mal schauen, wie viel Holz ich jetzt habe. 603! Also, ich kriege durch Plündern viel mehr, als wenn ich es einfach einzeln sammle. Das ist sehr schön. Ist zurzeit nicht verfügbar. Okay. Wo muss ich eigentlich lang? Ich meine jetzt nicht die Markierung, ich meine die andere. Wo ist denn die andere Markierung? Ich hätte doch noch eine andere Markierung gemacht. Wo ist denn die? Wenn es eine Karte gibt, dann hier drin. Haus des Anführers. Stimmt, hier muss ich auch noch eine Aufgabe machen. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Yep. Okay. Easy.